Willkommen zu einer neuen Folge Ich will immer sagen, nur HirnTV, oh nein Willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go Und immer die Touris am Start hier, die wir Fotos machen müssen Wir wollen heute mal schauen und uns noch ein paar neue Gen 4 Pokédex Einträge holen, mit denen ich extra noch gewartet habe Deswegen gehen wir mal hier auf nach Nummer sortiert Ziehen mal die Leist runter Bis sonst wohin Oh mein Gott, ich hätte das einfach anders atmen sollen Regi, Regi hier, Regi da, Regi bla 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 Und was haben wir da als erstes, was noch fehlt Jetzt scrollt das wieder nicht Ich weiß, manchmal hängen das einfach übelst Da haben wir ein Bronzel Und das Bronzel wollen wir jetzt mal entwickeln Da habe ich bisher nur ein einziges gesehen Ich finde also Schneebedeck immer noch am häufigsten Am zweithäufigsten dann dieser Skorpion Bronzel am drittseltensten sozusagen Und am allerseltensten der blöde Fisch Denn den Fisch habe ich immer noch nicht Wir wollen aber jetzt mal das Bronzel entwickeln Für den neuen Eintrag Weil der ist wo ist gerade hier Und das finde ich immer schön, wenn der im Video blöd rumsteht Und irgendwas macht Da ist ein Bronzel Im Hintergrund Weil wenn der weg ist Und ich das alles in einem entwickelt hätte Was ist das? Das wäre ja traurig Noch ein Mülleimer Wie man sieht Was ist das? Ja Das werden wir gleich erfahren Weil ich kenne die ja selber nicht Ein Bronzbobbel Ein Bronzong Ein Bronzong, Alter Richtig nice natürlich Und mal drauf, dass ich es bewege Und jetzt von hinten Müssen wir den Ton anmachen Und von hinten natürlich Sieht noch viel besser aus Aber ich hätte den Ton abstellen müssen Das war also Bronzel und Bronzong Für diese Folge Ja, der Ramses hat keine Ideen Deswegen macht er jetzt für jedes Pokémon eine extra Folge Aber kann ich ja machen Hey Hey